Restaurants, Cafés und Fitnessstudios – in Zeiten der Pandemie sind das gefährliche Orte. Denn dort stecken sich Menschen einer Studie der Stanford-Universität in Kalifornien zufolge am häufigsten mit dem Coronavirus an. Die Forscher haben die Bewegungsdaten von Handynutzern aus zehn Großstadtregionen ausgewertet. Sie wollten wissen, wie oft die Menschen sich in der Zeit vom 1. März bis zum 1. Mai 2020 wo und wie lange aufgehalten haben. Diese Daten haben sie mit den Infektionszahlen in der Region und den bekannten Übertragungswegen in Beziehung gesetzt. Das erlaubte ihnen, Rückschlüsse auf die häufigsten Übertragungsorte des Virus zu ziehen. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass nur wenige Orte für eine Mehrheit der Infektionen verantwortlich sind. In Chicago beispielsweise kam es den Berechnungen zufolge in 10% der öffentlichen Orte zu 85% aller Infektionen. Wären dort alle Restaurants, Fitnesscenter, Cafés und Hotels im Frühjahr uneingeschränkt geöffnet gewesen, hätte es 3,3 Millionen zusätzliche Fälle gegeben. Die Einschränkungen haben also wesentlich zum Rückgang der Infektionszahlen beigetragen. Die Forscher folgern daraus, dass sich an solchen Orten weniger Menschen zur gleichen Zeit aufhalten dürfen. Das sei effektiver, als die gesamte Mobilität einzuschränken. Die Wissenschaftler stellten außerdem fest, warum ärmere Menschen häufiger an Covid-19 erkranken. Sie können seltener im Homeoffice arbeiten und kaufen häufiger in stark besuchten Läden ein. Solche Modelle zur Dynamik der Virusverbreitung können helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Realität können sie jedoch nicht eins zu eins widerspiegeln. Kinder und alte Menschen beispielsweise sind in der Studie wenig vertreten. Es fehlen deshalb ausreichende Daten zu Schulen und Pflegeheimen.